So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramsisterdicke. Wir haben wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Ich hatte es ja schon angekündigt, nach den Pikachus mit den Nuffballons aus Okinawa, die andere Farben hatten, wollte ich auch noch 5 Shiny Pikachus mit dem Okinawa-Hemd verlosen. Ich nehme das jetzt gerade am Montag auf, das müsste am Dienstag eigentlich online kommen. Am Dienstag wollten wir die Goldene Meile laufen mit Marc Niemals und Dolipi, also die zwei kommen ja am Montag dann so besucht, deswegen bereite ich das jetzt schon mal vor. Am Montag müsste auch der Level 41 Account verlost worden sein. Ich hoffe, das hat alles gepasst. Und jetzt natürlich, dieses Gewinnspiel ist wieder ein Dienstag, ihr habt wieder eine Woche Zeit mitzumachen, wer da Bock drauf hat, weil das ist trotzdem dann ein seltenes Pikachu, was es ja nur in Okinawa gab. Und ihr könnt euch dann eben eins davon sichern. Oder auch mehrere, je nachdem. Kann auch sein, einer gewinnt alle 5. Nein, also die Leute sind meistens gütig und sagen dann, ach, los weiter, ich habe das erste bekommen, das andere können die anderen haben und so. Jetzt ist also Dienstag, wenn ihr das Video seht, ihr habt eine Woche Zeit mitzumachen. Das Gewinnspiel läuft also wieder bis zum Montag. Montag streamen wir wieder Chill mit Ramses ab 20 Uhr. Und 21 Uhr wird die Auslosung, die Verlosung stattfinden. Ihr müsst dabei sein im Stream, wenn ihr gezogen werdet, 21 Uhr in euer Name gezogen wird. Müsst ihr euch kurz zu erkennen geben und mir dann sagt, wo ihr euch meldet. Das ist wichtig, um gegen irgendwelche Faker vorzugehen. Was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist einfach nur dieses Video kommentieren. Ein Kommentar hinterlassen mit 3 Punkten. Nämlich erstens eurem Trainer-Namen, dass man das besser zuordnen kann. Zweitens der Angabe, ob ihr schon ein Shiny Pikachu registriert habt oder nicht, damit ich weiß, ob das teuer wird mit dem Tauschen und wir erst leveln müssen. Oder ob ich euch das einfach so rübergeben kann für 20.000. Und drittens einen Hashtag. Der Hashtag ist diesmal, haltet euch fest, das Okinawa-Hemd es brennt. Das Okinawa-Hemd es brennt. Wie poetisch, ne? Ich habe euch diesmal den Hashtag, weil der so kompliziert aussieht, hier unten links an dem Bildschirmrand geschrieben. Schreibt ihn bitte so, wie er hier steht. Also wer da alles falsch schreibt, der wird auf jeden Fall nicht gewinnen. Mehr ist es eigentlich nicht. Es sind einfach nur diese 3 Punkte. Ihr könnt es ja untereinander schreiben. Erstens, zweitens, drittens. Bei erstens schreibt ihr euren Trainer-Namen hin. Bei zweitens eine Info darüber, ob ihr schon ein Shiny Pikachu habt. Könnt ihr dazu schreiben, welches ihr habt. Also welches Kostüm oder das normale. Oder ob ihr noch gar keins habt, dass ich weiß, dass das teuer wird. Und drittens einfach nur den Hashtag. Das Okinawa-Hemd es brennt. Und das war's schon. Kurze Folge, denn wir sind unterwegs. Und so habt ihr trotzdem was zu tun, um was zu gucken. Und ich glaube für Dienstagabend ist auch noch ein Bier-Tasting mit Hannes eingestellt als Premiere. Was dann 20 Uhr kommt. Nicht so lang wie das letzte. Aber da habt ihr trotzdem nochmal was. Weil wir ja nicht da sind. Und es auch kein Stream gibt. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Denkt an das Okinawa-Hemd Pikachu. Denn das Okinawa-Hemd es brennt. Und das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhauen. Euer Ramses.